Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Yes, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Um das Influencer-Marketing ist mittlerweile ein riesiger Hype entstanden. Viele Unternehmen investieren heute einen Großteil ihres Mediabudgets in Personen, die auf YouTube, Instagram und in anderen sozialen Medien ihre Marken und Produkte tragen, benutzen oder darüber sprechen. Die Strategie hinter dem Influencer-Marketing ist einleuchtend, denn die Glaubwürdigkeit der Markenbotschaft ist wesentlich höher als bei klassischer Werbung. Allerdings wird das Influencer-Marketing auch kritisch betrachtet, da es eine Nähe zur Schleichwerbung hat und der Empfänger die Botschaft teilweise nicht eindeutig als Werbung identifizieren kann. Was ist also dran am großen Influencer-Hype und wann macht diese Werbeform für mein Unternehmen tatsächlich Sinn? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, denn bereits in jungen Teenager-Jahren hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie und wo durch soziale Medien Aufmerksamkeit erzeugt wird und wie die Algorithmen und Mechanismen hinter Facebook, Instagram, Snapchat und Co. nutzbar gemacht werden können. Mittlerweile ist er Gründer und Geschäftsführer der Enquire Media GmbH, einer auf Influencer-Marketing und Branded Entertainment spezialisierten Social-Media-Agentur, mit Sitz in Hamburg und ist zum Thema Influencer-Marketing außerdem als gefragter Speaker unterwegs. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und meinem Interviewgast Julian Mohr. Julian, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist jetzt zum Jahresende natürlich auch total busy, wie es nun mal ist in der Werbebranche. Hast du mir im Vorfeld schon erzählt. Richtig, richtig. Vielleicht bevor wir so richtig einsteigen und loslegen, erzähl doch ein bisschen was über dich. Wer ist Julian Mohr als Privatperson und was genau machst du beruflich? Julian Mohr als Privatperson ist 27 Jahre alt, kommt eigentlich aus der Finanzbranche und hat sich irgendwann nach seiner oder noch während seiner Ausbildung gedacht, wow, wieso geht Facebook mit 100 Milliarden an die Börse, was das für ein Markt und ein Binnenmarkt, der sich aufmacht und habe dann direkt nach meiner Ausbildung das erste Start-up gegründet. Das hieß Savix, war eine Plattform für Underground-Fashion-Labels und Nachflugsdesigner, die zu spezielle Klamotten machen, als dass sie sie in den Mainstream-Medien oder in den Mainstream-Handel schaffen würden. Und das war so das erste Start-up, was ich gegründet habe, zusammen mit meinem besten Freund Jan Jatzkowski. Das war 2012, da war ich 22 und seitdem nicht wieder in ein normales Angestelltenverhältnis zurückgekehrt, sondern mich ausprobiert auf verschiedenen Projekten in verschiedenen Bereichen und jetzt betreibe ich hauptsächlich Enquire Media. Das ist eine Agentur für Influencer-Marketing, Social Content und Branded Entertainment-Konzepte. Gehört seit letztem Jahr mehrheitlich zu Weischer Media, Kino-Vermarkter und großer Autofunk-Spezial, mit nämlich 400 Millionen Umsatz. Die haben gesehen, dass sie ein Defizit im Social-Media-Marketing und Influencer-Marketing haben und daraufhin wurde letztes Jahr meine Firma mehrheitlich von Weischer Media übernommen und ich baue das Ganze jetzt weiter auf und aus. Als Privatperson mache ich noch gerne nebenbei Musik. Ich bin in einer Band eigentlich seit ich 16 bin immer Musik gemacht und die restliche Freizeit, die mir bleibt neben meinem Berufsleben, investiere ich in diverse Stunden in den sozialen Plattformen. Aber es mich als Privatperson einfach mega interessiert, welche Publisher, welche neuen Inhalte teilen oder welche Influencer und die ist dann natürlich auch bei mir ein Stück weit eine berufliche Obligation, dass ich das mitmache. Wie viel Zeit verbringst du jeden Tag oder in den sozialen Netzwerken? Das ist übrigens auch eine Frage, die wir unseren Bewerbern stellen. Schon im Vornherein. Alles unter zwei oder drei Stunden sortieren wir im Vorwege aus. Ich habe das mal eine Zeit lang getrackt in Gigabyte und das ist wirklich abnormal viel und glaube ich, um die sechs Stunden ist es bestimmt am Tag. Also es ist wirklich jede freie Minute während der Arbeit parallel. Wir schauen uns unsere Kampagnen mit an, dann sind die Feeds meistens so interessant, dass man dann irgendwie doch noch 15 Minuten drauf hängen bleibt. und es ist wirklich drauf hängen bleiben, ist ein gutes Stichwort, ist tatsächlich ein Stück weit irgendwie zu einer Sucht bei mir gewachsen. Ist es tatsächlich so? Also wenn du jetzt an deinen Privatbereich denkst, kannst du noch abschalten? Geht das? Nee, also auch gerade, dass das Mobiltelefon bei mir irgendwie mittlerweile mit der Hand verwachsen ist und ich dann eine Fehlstellung im kleinen Finger habe, der der Support-Finger auf deinem Smartphone ist. Der Support-Finger. Man kann es nicht wirklich abschalten, auch wenn man Push-Benachrichtigungen kriegt etc. Es kommt halt wirklich eine Menge rein, weil ich da auch selber sehr aktiv bin. Ich poste sehr viel und gebe meine Meinung ab. Also man kommt eigentlich nicht mehr ohne aus. Ich hätte gerne eine Social-Media-Abwesenheitsnotiz, aber das wäre, glaube ich, gegen das Geschäftsmodell der Plattform, sowas einzuführen. Ja, aber sehr interessant. Ich meine, du machst es jetzt aus Berufswegen. Da gibt es dann noch schon fast Krankheitsbilder, gerade bei Jugendlichen zu beobachten. Sehr stark bei Jugendlichen, ja, mit denen wir auch sehr viel zusammenarbeiten und ich lese mir wirklich gerne die Kommentare durch und schaue mir dann die Profile der Menschen an und betreibe dann so Profiling. Welche Sachen hat der Mensch sonst noch geliked? Was ist das? Wie könnte ich den jetzt über Marketing erreichen und inwiefern ist er irgendwie voreingenommen von irgendwas? Da kommt man halt nicht drum herum des Jobs wegen, denke ich. Ja, super spannend fand ich auch vorhin, du hast gesagt, das ist so eine Frage an die Bewerber. Wenn du mal so ein, weiß ich nicht, vielleicht drei Skills formulieren würdest, was bringt ein Bewerber heute mit? Was hat der vielleicht studiert oder sind das alles Autodidakten? Es sind eher Autodidakten. Also ich bin der Meinung, dass das Schulsystem, wie ja eigentlich fast jeder andere Unternehmer oder prozessiv denkende Mensch, dass das Schulsystem mindestens überholungsbedürftig ist und ich habe einen Abiturschnitt von 3,4 gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen wollte. Ich habe nicht studiert. Jan und ich saßen, als wir in der Gründungsphase waren, saßen wir uns gegenüber und haben gesagt, Mensch, was machen wir irgendwie Plan B? Und Plan B wäre gewesen, BWL oder VWL zu studieren oder irgendwas wirtschaftswissenschaftliches. Und wir saßen da tatsächlich am Schnuppertag, sind wir in eine Vorlesung reingegangen, wir saßen ganz vorne, weil alles andere besetzt war, Anfängerfehler. Und als der Prof angefangen hat zu sprechen, haben wir uns nach sieben Minuten angeschaut und gesagt, Scheiße, Mann, das kriegst du nicht rum diese Zeit. Wenn du Macher bist, dann musst du was Eigenes machen. Und ich glaube auch, man sieht bei vielen Unternehmern und auch bei vielen Influencern, die jetzt ihre eigenen Unternehmen in der Produktion haben beispielsweise, die haben mitunter nichts studiert, weil sie einfach die Chancen gesehen haben, weil sie Businessmodelle gesehen haben, wo kein anderer sie gesehen hat. Und die sind da reingegangen. Und alles andere ist, glaube ich, das lernst du on the fly. Also Gründen ist ja wie eine Klippe runterspringen und währenddessen den Fallschirm zusammenbauen. Und ich glaube, wenn man das einfach macht und wenn man Dinge einfach macht, dann lernt man viel währenddessen. Und ich glaube nicht, dass man zwangsweise dafür studiert haben muss. Ja, ja. Was wären so die drei Skills, wo du sagst, das muss ein Bewerber für mich mitbringen, der für uns spannend wäre? Ja, also in erster Linie Noten. Noten sind egal. Mir ist es interessiert, dass der Mensch, ob er kommunizieren kann, wie er kommuniziert, wie die Bewerbung beschrieben ist, also tatsächlich bei mir sehr, sehr viel Softskill. Ich gebe jetzt nicht sonderlich viel Wert, wenn jemand in seiner Bewerbung stehen hat, ich habe den Social Media Kurs XY besucht. Das ist so eine Sache, Mann, Alter, das musst du nicht besuchen, sondern wenn du dich mit den Plattformen beschäftigst und da tagtäglich drauf unterwegs bist, dann bist du interessant für mich, weil du dann auch verstehst, wie die Leute funktionieren, wie die Nutzungsalgorithmen funktionieren und welche popkulturell relevanten Themen es gibt. Deswegen haben wir da einen relativ weitläufigen Bewerbungsprozess, wo die Leute sich auch durch verschiedene Formulare und Fragebögen arbeiten müssen und wir währenddessen tracken, wie schnell beantworten sie das, wie sauber tippen sie, weil die natürlich auch sehr viel über Mail kommunizieren und im Social Web und was wissen die über diese Plattform, welche Kampagnen haben sie mitbekommen, die viral gegangen sind und es sind sehr, sehr viele softe Bewertungskriterien, die damit einfließen, wenn man bei uns arbeiten möchte. Jetzt bist du ja im Markenrebell-Podcast gelandet und wir beschäftigen uns hier ganz stark mit dem Thema Personal Branding und haben dich eingeladen, weil wir einfach sehen, dass du natürlich auch als Marke im Markt für das Thema Influencer-Marketing stehst und auch bekannt bist. Wie wichtig ist es für dich, dass deine Mitarbeiter dort schon so ein gewisses Profil mitbringen, also einen digitalen Fußabdruck oder Fingerabdruck? Ich habe gerne Leute in meinem Team, die selber bloggen oder selber Inhalte erstellen. Beispielsweise gibt es bei uns einen Mitarbeiter, der uns contentseitig unterstützt, also in der Enquirer-Kommunikation, der auch nebenbei bei Dress-Like-Machines arbeitet, einer der größten Blogs Deutschlands, dort den Musikteil übernimmt und der hat Ahnung von Community-Management und von Content-Produktion. Dann gibt es einen weiteren Mitarbeiter, der eine eigene Radioshow aufgesetzt hat und sehr viele Künstler und Musiker interviewt hat. Das ist mir schon sehr wichtig. Also das Personal Branding muss man beachten, auch gerade ich in meiner Position für mich selbst, weil ich das Unternehmen nach außen repräsentiere und da muss ich so rüberkommen, als wenn ich Ahnung habe. Und ich glaube, das schaffe ich auch ganz gut. Ja, perfekt. Hast mich zumindest überzeugt. Nimm uns doch mal mit auf deine Reise an dem Moment in deinem Leben, wo du so die ersten Berührungspunkte hattest mit den sozialen Netzwerken, bis das so anfing, für dich auf gewisse Weise eine Faszination auszuüben. Es fing ganz 2006 ungefähr gewesen. 2006, 2007 war mein erster Berührungspunkt MySpace tatsächlich. Es gab davor noch andere Plattformen, wie U-Boot beispielsweise, oder hier sehr lokal neben Hamburg, P-Inside, so ein soziales Netzwerk für Pinneberger, was meine Heimatstadt ist. Das sind so die ersten Plattformen, mit denen ich in Berührung kam. Und MySpace war so die erste, die richtig international ausgelegt war, auch einen sehr starken Musiker- und Künstler-Approach hat. Es war alles sehr customizable. Und das hat mich so angefixt, zu schauen, wie die Leute ihre Profile gestalten und was das über die Menschen sagt und welche Musik kann ich denen zuordnen, etc. Und so ist da so ein bisschen meine Obsession entstanden, Leute zu profilieren oder auf den Plattformen unterwegs zu sein und zusammenzufügen, wer was von sich gibt und wodurch diese Meinung beeinflusst wurde oder wodurch dieser Mensch beeinflusst wurde. Durch die Medien oder durch bestimmte Musiker oder durch eine bestimmte Szene, Kleidungsstil, etc. Das hat mich einfach irrsinnig fasziniert. Dann ist ja Facebook gekommen, hat die Migration auch zugelassen, der MySpace-Freunde auf Facebook. Das hat MySpace auch zugelassen. Das weiß ich bis heute nicht, warum sie das gemacht haben. Und dann hat das Ganze irgendwie alles andere überholt. Dann ist ICQ hinten weggefallen, MSN-Messenger ist weggefallen, Schüler-VZ, Studi-VZ, Mein-VZ. MySpace dann ja auch und es ist einfach alles in sich zusammengefallen und Facebook hat dieses Monopol aufgebaut. Das war während meiner Ausbildung zum Kaufmann für Finanzen und Versicherungen. Und für mich war Facebook eine Internetseite mit 100 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Ich habe mich gefragt, wie kommt dieser Börsenwert zustande, der jetzt auf das Vierfach angestiegen ist. Und da fing das so an, dass ich Social Media nicht nur als Social-Kanal wahrgenommen habe, sondern tatsächlich als Business-Kanal und das Business damit oder darum versucht habe, den Binnenmarkt, der sich aufgemacht hat, wie Plattformen wie Facelift, die groß geworden sind, nur weil es Facebook gab oder weil es soziale Medien auf einmal gab. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Dann noch der Kauf von Instagram knapp ein Jahr später für eine Milliarde US-Dollar. Und das war so für mich der Startschuss. Okay, das ist ein serious Business. Da werden Leute drauf groß werden, Einfluss haben, Reichweite haben. Und das war dann auch so der Grundstein, der für Enquirer gesetzt wurde. Wie konnte der Ausflug in die Finanzbranche passieren? Das würde mich noch interessieren. Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich wollte, ich gehörte zu den Menschen, die schon während des Abiturs sich sicher waren, was sie später mal machen wollen oder welches Wissen sie anhäufen wollen. Denn ganz viele haben erst mal das obligatorische Ja in Australien gemacht. Für mich war klar, ich wollte wissen, wie das Finanzsystem funktioniert, weil das Finanzsystem Einfluss auf die komplette westliche Welt hat. Und ich wollte verstehen, woher Geld kommt und wie das funktioniert. Und ich habe dann gesagt, Mensch, entweder studiere ich das Ganze in der Uni und mache einen VWL- oder BWL-Studiengang. Es wäre eher VWL geworden, wenn mir ich das Ganzheitliche verstehen wollte. Oder ich fange eine Ausbildung an und das war auch die bessere Option mit meinem Abiturschnitt. Und dann aber während der Ausbildung wahnsinnig viel recherchiert im Internet, mich belesen über Zentralbanken, welche Schneeballsysteme es gab. Das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Und so habe ich zuerst Finanzen verstanden. Jetzt bin ich dabei, Medien zu verstehen. Und das nächste Ding ist dann, dass ich mich noch genauer mit Politik beschäftigen möchte, weil das ja eigentlich die drei Bausteine sind, die die westliche Welt bewegen. Spannend. Würdest du dich heute als Medienunternehmer sehen oder wie würdest du so dein unternehmerisches Dasein beschreiben? Ja, ich, Medienunternehmer, passt schon also das Medienumfeld natürlich. Wir selber haben ja keine eigenen Medien oder produzieren eigene Medien, sondern wir vermitteln die richtigen Medien an die richtigen Auftraggeber. Also wir matchen und wir schauen, welche Zielgruppe sind, sind auf welchen Kanälen unterwegs. Und diese Parteien bringen wir dann zusammen und entwickeln ein Konzept, ein Kommunikationskonzept, was wir über diese Medien spielen, sodass sie die größtmögliche Werbewirkung und Überzeugungskraft auf die Rezipienten haben. Das machen wir. Aber wir selber entwickeln jetzt keine eigenen Reichweiten oder Ähnliches, sondern wir kooperieren eben mit diesen Reichweiten-Innehabern. Das können Medienunternehmen, die beispielsweise Weiß oder Bachsieb sein oder Heiß-Nobiety oder es sind Influencer, Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen oder generell Models, Parcoursläufer, Musiker. Wir kooperieren mit Warner Music beispielsweise. Also Influencer können ganz, ganz viele unterschiedliche Gesichter haben oder teilweise auch gar keine Gesichter und einfach nur Communities sein. Und wer sind, wenn du so vielleicht auch die Trends der letzten Jahre vielleicht einfach so im Blick hast, wer sind so eure Klienten vielleicht gestern und heute? Also gibt es da irgendeine Veränderung? Ja, also vor drei Jahren, als wir gestartet sind, waren es eher Start-ups beziehungsweise kleine agile Unternehmen, wo die Entscheidungsprozesse nicht Monate dauern, sondern Stunden, weil die diese Opportunity gesehen haben. Wir hatten die ersten Kampagnen, die wir gemacht haben, haben wir an Kunden, Influencer vermittelt, die 80.000 Follower hatten, auch noch bei anderen Verbreichungsalgorithmen als jetzt. Also die Leute, die man tatsächlich erreicht hat, waren dann auch in diesem Bereich. Und diese Influencer mit 80.000 Follower haben uns gefragt, ob es okay ist, wenn sie 40 Euro für einen Post nehmen. 40 Euro, Wahnsinn. Als wir für Fevix geworben haben, damals haben wir mit einer YouTuberin aus Brasilien zusammengearbeitet, die hat uns ein 15-minütiges Video nur über unsere Plattform kreiert, über 300.000 Follower gehabt und die hat 400 Dollar genommen für das Video. Wahnsinn. 400 Dollar für über 300.000 Klicks auf dem Video. Wirklich geisteskrank. Und die Unternehmen, die das gesehen haben, sind die Unternehmen, die teilweise auf Influencer-Marketing einen Großteil ihres Businesses aufgebaut haben, wie beispielsweise Uhren, wie Daniel Wellington, Uhrenlabel zu Daniel Wellington oder Lush Cosmetics oder verschiedene neue Kosmetikfirmen oder Triangle-Bikinis. Es gibt so viele Produkte, die über Social Media beziehungsweise Influencer-Marketing groß geworden sind und Millionen Umsätze jetzt erfielen. Genauso wie About You ja auch einen festen Stamm von Influencern hat. Ich glaube, 300 Stück und ja mit zu Otto. Also das einfach Influencer-Marketing ist ein großer und sehr, sehr wichtiger Baustein der Businesses, die teilweise ja sogar komplett darauf ausgelegt sind. Jetzt haben wir beide geschmunzelt. Vielleicht, also als du über die Preise gesprochen hast von vor ein paar Jahren, vielleicht müssen wir den Gegenpart zur Gegenwart einfach noch aufmachen und sagen, was würde das denn heute kosten in etwa? Das kann ich dir sogar sagen. Also vor zwei Jahren haben wir dann noch mal die gleiche YouTuberin angeschrieben für ein anderes Projekt, die die 400 Dollar gekostet hat. Da hat sich dann ein Management gemeldet und hat gesagt, jo, 3000 Dollar kostet das Video. Das ist schon mal ein krasser Preissprung gewesen. Die Freundin von meinem Mitgründer Jan, Naomi Lennon selber, wirklich eine der besten Influencer-Managerinnen, ich würde fast sagen weltweit, hat die größte YouTuberin weltweit unter Vertrag. Und die hat früher Hollywood-Staff gemanagt und jetzt managt sie YouTube-Staff, weil es lukrativer geworden ist. Also diese Entwicklung, die da gerade stattfindet, das Verschmelzen von Model zu Influencer oder von Schauspieler zu Influencer oder von Fußballspieler zu Influencer, passiert gerade auf einer breiten Fläche und die Budgets gehen so krass nach oben, dass wir teilweise früher, wo wir ein Cent-TKP erzielt haben, jetzt ein TKP an den Kunden kommunizieren, der an die 200 geht, bei manchen Influencern. Das ist wirklich eine echt krasse Entwicklung. Die Preise, wie sie hochgegangen sind innerhalb der letzten drei Jahren, da kann ich verstehen, dass viele Menschen von einer Blase sprechen, aber wie bei jedem hoch in dem Markt, wird da irgendwann auch eine Marktbereinigung stattfinden und Budgets dann einfach anders verteilt werden. Es gibt ja auch immer mehr Influencer und es kommen immer speziellere Nischen-Influencer und es sind da schon noch teilweise wirklich extrem gute TKPs zu erzielen. Man muss halt nur wissen, wo und mit wem und auf welchen Plattformen. Ja, vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz in die Begriffsklärung gehen. Wenn wir mal so ein paar Jahre zurückdenken, gab es ja so die Testimonials, die ich mir eingekauft habe, die dann im Fernsehen, im Radio, wo auch immer, dann mit ihrem Namen, mit ihrem Bekanntheitsgrad für mein Produkt oder für meine Dienstleistung gestanden haben. Heute sind das Personal Brands, heute sind das Meinungsbildner, die eine eigene und vor allem messbare Reichweite mitbringen. Richtig. Kannst du noch mal mit deinen Worten sagen, was der Influencer und speziell auch das Influencer-Marketing heute überhaupt für die Werbeindustrie bedeutet? Also wer ist das zum einen oder was sind das für Leute? Wie kann man sich die vorstellen und wie interessant ist das vielleicht auch im Werbemix? Ja, das waren viele Fragen. Also in erster Linie, also heute, also für uns ist ein Influencer, wie gesagt, für uns kann Heismobility, die als Sneaker-Blog gestartet sind, kann ein Influencer für Sneaker sein. Es kann aber auch Kanye West ein Influencer für Sneaker sein. Offensichtlich ist er das, weil der Deal mit Adidas besteht. Nike hat Cristiano Ronaldo als Influencer, hat mit dem gerade einen Lifetime-Deal abgeschlossen, der eine Milliarde US-Dollar schwer ist. Also das sind so die, ich sag mal, die Blue-Chip-Influencer. Wir nennen sie Blue-Chip-Influencer, also die, die wirklich eine internationale Strahlkraft haben und als Experten oder führender Meinungsbild auf einem bestimmten Gebiet gelten. Darunter gibt es die Makro-Influencer. Die bezeichnen wir als die Influencer, die zwischen 50.000 und 500.000 Follower haben. Und darunter sind die Mikro-Influencer, die weniger als 50.000 Follower bis hin zu 10.000 Follower haben. So klustern wir. Wie diese Leute aussehen, ist komplett unterschiedlich. Es gibt, wie gesagt, Celebrities mit dabei. Es gibt Self-Made-Influencer. Es gibt aber auch einfach nur Produkt-Influencer, wie beispielsweise Tanzverbot ist ein YouTuber. Das ist eigentlich ein super trashiger Kanal von einem Typen, der steht mitten im Leben, benutzt auch keine besondere Schnitttechnik oder sonst irgendwas, und dann nimmt das Video von oben auf, ist dann 10 Minuten lang und gibt einfach nur wieder, welche Einkäufe er getätigt hat, welche Produkte er gekauft hat. Und danach lecken sich natürlich die Marken alle 10 Finger, wenn das in einem positiven Markenumfeld geschieht, weil dort Leute über das Produkt berichten oder generell die Community darauf eingestellt ist, neue Produkte vorgestellt zu bekommen. Insofern geht man nicht in die Safe Zone oder in die Comfort Zone des potenziellen Konsumenten rein, indem man ihn durch das Netz mit irgendwelchen Pop-Ups verfolgt, sondern man legt sein Produkt einfach auf die Bahn, auf denen der Kunde sowieso unterwegs ist und platziert sich oder bucht sich in Inhalte ein, die sowieso schon einfach große Sympathie finden und großen Anklang finden. Das ist eigentlich das Clevere am Insuriencer-Marketing, wenn es richtig ausgeführt wird. Und nochmal zu dem Stichwort Medienunternehmer und was für Menschen das sind, wir bezeichnen diese Blutschiff-Influencer oder diese YouTuber wie beispielsweise Julian Bam oder auch Caro Dauer, bezeichnen wir als Medienunternehmer oder als Medienunternehmen besser gesagt, weil was machen Medienunternehmen? Sie produzieren Inhalte, themenspezifische Inhalte, bauen eine Reichweite mit diesen Inhalten auf und vermarkten diese Reichweite, gehen sie an Kunden weiter. Was macht ein Influencer? Sie bauen themenspezifische Reichweite auf, erstellen Inhalte, und werden auf einmal mit ihren transparenten View und Klickzahlen und Conversion Rates werden auf einmal interessant für Werbetreibende. Deswegen fängt ja jetzt Burda Finally in 2017 an, in Influencer-Marketing zu investieren und eine eigene Plattform aufzubauen. Ströer kauft TubeOne und TubeRatize mit dazu. Eines ist ein Multichannel Network, das andere ist eine Influencer-Self-Serving-Plattform. ProSieben-Sat.1 hat Studio 71, das Multichannel Network, und sich gerade mit 42% bei BuzzBird, eine Influencer-Self-Serving-Plattform, eingekauft. Also die großen Medienunternehmen haben es jetzt drei bis vier Jahre, nachdem der eigentliche Trend entstanden ist, kapiert, okay, das ist ein relevanter Kanal und da gehen uns gerade echt krafte Budgets flöten in unserem Kerngeschäft, weil das 2015-Programm, das Primetime-Programm, gibt es so nicht mehr, weil ich auf meinem Fernseher YouTube schauen kann, Amazon Prime, Netflix und so weiter, und ich keine Zeitschriften mehr lese. Das geht alles ins Social Web und da haben ein paar schlaue Menschen, sie als Influencer erkannt, dass dort in Zukunft die Reichweite und die Aufmerksamkeit sein wird. Und ich fange jetzt schon mal an, Inhalte zu kreieren, damit Reichweite aufzubauen, damit ich jetzt 2017 ernten kann. Clever gemacht. Ja, absolut. Sehr spannend. Jetzt ist Influencer ja kein Berufsbild. Ich kann jetzt nicht morgen sagen, ich bin jetzt Influencer, sondern es ist ja irgendwie ein Status, den ich erreiche, irgendwie ein Level, zu dem ich mich selber bringen kann. Wenn du sagst, Blutschip-Influencer sind das ja oftmals die YouTuber, die einfach schon, weiß ich nicht, fünf Jahre am Markt sind oder länger. Wie einfach ist es denn heute zu einem Influencer zu werden? Schwierig. Wenn du heute von 0 auf 100 gehen willst, dann musst du entweder so extrem clever sein oder schweinemäßiges Glück haben. Ein gutes Beispiel dafür ist Big Chuck. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit dem Song Man's Not Hot. Sonst schicke ich dir gleich mal ein Lied im Anschluss. Der ist viral gegangen, weil es da ein Part gibt, wo er einfach nur undefinierbare Laute von sich gibt. Und dieser Part wurde aus dem Studio-Video rausgeschnitten und ist über alle Social Publisher viral gegangen. Über Unilad, über Publisher oder Verticals von Vice, BuzzFeed, über Influencer. Und das war eigentlich ein Part aus einem Song und dieser Song ist einfach viral gegangen. Und das ist jetzt ein Influencer. Der hat Millionen von Followern und hat das innerhalb wirklich von drei Monaten geschafft, ein Megastar zu werden, der weltweit bekannt ist. Wenn du das auf einem klassischen Wege machen möchtest und sagen willst, hey, ich möchte jetzt Fashion-Influencer werden oder so, good luck. Dafür gibt es einfach zu viel Content draußen und es gibt zu viele Accounts, die sich teilweise verblüffend ähnlich sind. Und wenn du jetzt Influencer werden willst und ein Following aufbauen willst, muss einfach jeder Post sitzen, du musst top-notch Content produzieren und der Content muss so unique wie möglich sein und du musst echt verflickst, akribisch und verflickst schnell deine eigene Marke aufbauen und deinen Followern zu verstehen geben, wofür du stehst und dein eigenes Profil aufbauen. Wenn du das heute innerhalb von einem Jahr schaffst, dann grenzt das schon an Genialität beziehungsweise, dass du einfach ein extrem cleverer Mensch bist und die Consumer und die Plattform verstanden hast. Das gibt jetzt gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt jetzt auch nochmal einen schönen, vielleicht kleinen Einblick, was das auch für eine Leistung eines Influencers ist, das alles auch in der Geschwindigkeit, in dem Tempo auf diesen zahlreichen Plattformen so zu publishen und das über Jahre durchzuhalten. Und ich weiß selber mit dem Podcast, das interessiert am Anfang keine Sau. Irgendwann fangen dann mal die Ersten an, regelmäßig reinzuhören, aber es dauert halt einfach unglaublich lang, wenn du jetzt nicht diesen viralen Effekt hast, den du vorhin beschrieben hast. Ja, richtig. Du brauchst definitiv die Kontinuität... Hilfe mal kurz. Kontinuität. Weißt du, genau richtig, danke schön. Ja, du musst kontinuierlich Content produzieren und wenn du einen Podcast machst, musst du die Themen ansprechen, die fast sonst noch keiner anspricht. Du musst die Gäste haben, die sonst fast noch keiner vom Mikrofon hatte und einfach Themen finden, die im besten Falle polarisieren und deswegen viele Kommentare erzeugen, sodass Facebook die Relevanzspirale aufmacht. Technisch erklärt, ja. Das war der erste Teil des Interviews mit Julian Mohr. Ihr könnt euch vorstellen, meine Liste an Fragen ist noch endlos lang. Deswegen haben wir uns einfach entschieden, dass wir aus diesem Interview zwei Teile machen. Das war der erste Teil und der zweite Teil mit Julian Mohr wird, darauf könnt ihr euch freuen, mindestens genauso spannend wie der erste Teil. Wir veröffentlichen den zweiten Teil in zwei Tagen. Ihr müsst also gar nicht lange darauf warten. Freut euch einfach auf die zweite Folge mit meinem Interviewgast Julian Mohr. Das war der erste Teil des Interviewgast Julian Mohr. Vielen Dank.